Oh mein Gott Verkiss dich bloß Nein Ach komm schon Das wird schon wieder so eine scheiß Folge Wo ich die ganze Zeit sterbe Das will ich nicht Ich habe gesagt ich habe um 30 an Ja jetzt wissen wir auch wo die ganzen Kühe sind Und das ist gleich Eisen Muss ich mir merken Oh mein Gott Ich habe mich verlaufen Mami Mami Nee lala Ich wohne in Dalang Dalang wohn ich Wo wohnst du Oh mein Gott Nein Ich sage so oft Oh mein Gott wie schleim Das ist ja schlimm Lass mich zu meinen Sachen mit I'm sexy Wie viel Kühe habe ich da Zwei Nein 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 Verpiss dich Oh mein Gott Ich muss da weg Ich muss Ich muss Ich brauche ein Holz Oder Ja Ich brauche ein Holz Ich brauche ein Holz Und dann kann ich mir ein Bett machen Alter das ist ja schlimm Holz Holz Jetzt wird es echt langsam Nein Nein Das wollte ich nicht wegwerfen Das wollte ich wegwerfen Und dann wollte ich mir Oh Ja Ja genau Ach du Scheiße Hörst du mich Hörst du mich Verkack eiern Ja jetzt wird es natürlich wieder Tag Super wo ich mir jetzt ein Bett machen kann Wieder klar Dankeschön Läuft bei euch Gott ich kann mir ja bloß eine Wolle machen Ach Scheiße Ja jetzt verrecken die eh alle Elendig Los Los ja genau Los Los rennt mir hinterher Verreckt ihr Scheiß Viecher Hey du brennst Willst du nicht aufbrennen Ich hab gesagt willst du nicht brennen Du willst auch brennen Ich weiß es doch Und du bist jetzt Oh Ja Nein Wie der Creeper hat das Scheißzeug jetzt weggesprengt Nein Es läuft gerade einfach so Scheiße Das ist einfach so ein genialer Start Ich könnte Ich könnte schreien Vorgrip Ey Du willst mich nicht töten Das weiß ich doch Komm doch hierher Creeper Los So Jetzt hab ich mein Zeug wieder Kannst du dich gerne in Luft sprengen Los Ja Danke für das Zeug Vielleicht hätte ich die einmal Schlagen können Sollen Ach egal Jetzt hab ich wenigstens Bisschen Fleisch Boah Digga Wenn die jetzt weg werden Oh ja Ja Ist klar du scheiß Wilder Schatzzong Natürlich fällst du da rein So Wäre jetzt so ausgeflippt Wenn wir die Monster Furt gegangen wären Dann mache ich mir dann gleich noch ein Feld Und hier baue ich jetzt zu Alter Es ging hart ab Ich baue es So baue ich das Feld Äh das Im Stall erstmal Ich meine besser als nix ist es So Die da drüben haben alle schon so ein Haus Aber die haben auch Ich kann nicht töten Schon ewig aufgenommen Zwei Stunden oder so Da ist das kein Wunder Wenn die mal ein bisschen mehr haben Und das schert mich auch nicht groß Ich meine Das holen wir ein Und ich hab jetzt Kühe Und Schweine Aber ich muss gleich mal zu dem rein Und das größer machen Hab ich so zu früh Rein da Ähm Ja Hab ich mal wieder super mitgedacht Los Ähm Wie kann ich das markieren Einfach schnell das drauf werfen Erkenne ich schon irgendwie Äh Ich mach mir schnell eine Steinspitzhacke Da ich mich das anbiete Hier Muss ich mich runter tragen So Und dann kommt hier schön Licht hin Mit dem Stießborn Und dann geht es hier noch ein bisschen rein Hier kommt Erde hin Boah könnt ihr euch mal verpissen Ich will euch nicht schlagen Los weg da Und ich will auch nicht Dass ihr in die Löcher geht Löcher sind noch nichts für euch So 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 Wie ich das kenne Sind hier dann nachher alle drin Ich mach mal schnell so So Verdammte Scheiße Wann musstest du das jetzt da reinspringen Ich denke jetzt so um 19 Uhr wird dann Schluss sein Weil ich dann zwei 15 Minuten Parts gemacht haben Und nein du gehst jetzt nicht auch noch in ein Loch Ich hab vier Schweine Willst du da nicht raus Danke Warte mal darauf hätte ich auch früher kommen Können Ach egal Dann noch ein bisschen in die Richtung Dann vergrößere ich jetzt den Stall und pflanze dann noch Weizen an Damit wir schon mal zum Beispiel das die Kühe vermehren können Und Dann war's das auch für diese Aufnahme sehr schön Soll ich mich jetzt rausbauen Kann mir schon mal hier Wolle machen Damit würde ich mich jetzt auch nicht rausbauen Ähm So Hier kann ich höher machen Ist gut Ähm Okay Dann muss ich dann Ups Ich mach jetzt einfach schnell so Na jetzt hab ich da nicht genügend ausgeleuchtet wahrscheinlich Pixel mitdenken So Dann kann ich hier nochmal schnell die sechs Dinger hintun 1,2,3,4,5,6 Ähm Hier eine Fackel Und da eine Fackel Und dann gehst du da weg Weil ich will da jetzt raus Dann mach ich hier so Dann sieht das doch schon wieder viel besser aus Ähm Wann sieht's denn Noch fünf Minuten hab ich Bah ja Das müssen wir schaffen Dass ich da noch schnell ein Feld mach Hier hab ich mir so wie schon was So wie So wie schon was abgebaut Wisst ihr Hä Ne Okay also Dann mach ich mir einfach schnell Eine Holzachs Und So Und was mach ich mir noch Kein Schwert Sondern eine Schaufel Nein keine Schaufel Was wollte ich denn grad machen Ah genau Ich wollte so machen Ich bin nur schlau Das geht natürlich nicht Da müsste ich erst abbauen Dann hole ich mir mal schnell Eben Holz Ah das ist doch schon mal viel besser Mit der Axt Also die Nacht war nicht sehr erfolgreich Aber ja Ist ja auch egal Nächstes haben wir jetzt Kühe und Schweine Und weh die tötet jemand Ich scheue ich will die mir ercheaten Ich darf die mir ercheaten Ich sag's euch Weh die tötet jemand Ich werd ja nicht so lang nerven Bis er mir die Bis ich mir die ercheaten darf Ich mein Das ist einfach bloß gehindert Wenn man anderen die Tiere tötet Ah jetzt weiß ich auch wieder Was ich mir alles machen wollte Erstmal wollte ich mir das hier machen Und dann mach ich mir ne Schaufel Ja geh da rein los Und Bauen wir schnell ein bisschen Erde ab Also dass es noch schön aussieht Keinergermasen schön Geben Mh Geht auch So 30 Dürfte reichen 33 Und ich hab schon wieder Hunger Das ist 4 oder Ja das kann ich 4 Dann mach ich ihn mal so Ähm das baue ich auch ab Ehm dann könnte ich mir noch schnell ein paar Sticks machen Und hier noch ne Kohle drauf verwenden Das ich mir hier für Fakke machen kann Wird das wenigstens ein bisschen geleuchtet ist Und dann machen wir als nächstes Noch ne Hacke Hacke Und Wisst schon was man Und noch ein Schwert Perfekt Dann mach ich hier Bela Und Ich Hä ist da nix drin Perfekt So jetzt ist alles drin Und Soll ich das Das bedachlich Hab ich auch So das durchbereichen Zack 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 Dann ist das auch Aufgebraucht Dann baue ich das noch schnell weg Und wir sind jetzt Gleich dann fertig Hatte die Beeilung hier Das weg Zack Zack Tun wir doch noch ein bisschen Erde Das ist dann perfekt Wenn ich jetzt gehe Weil jetzt ist eh nacht Und jetzt hab ich eben Lappen Bei Whatsapp Angebrochen Dann Ähm Wer war das Ist die Frage Oh ich sollte mir eine Truhe machen Und Die Stelle ich Bestellte ich die hin Erst mach Ähm Mach ich Hier den da Ah das ist perfekt Stimmt Gute Idee Ähm Und dann Machen wir erst Eine Tür Ah fuck Ich kann hier gar keine Tür machen Äh Beeilung Ich mach mir gleich hier oben Eine Tür Weil das ist mit mir zu gefährlich Wenn da ich Nicht gleich eine Tür Hinsetzen kann Wenn ich da reingehe Und es kommen sofort Wieder die Monster Anstab entzelt Kennen sie ja Dann guck ich Dann mach ich die ganz leicht Länger und guck Ob ich noch ein paar Monster Trick Äh Ein paar Spinnen Trick Ähm Dann mach ich einfach Noch einen Ofen Und ich hoffe Kai checkt es Dass ich hier was Gebaut hab Das muss ich ihm Dennoch irgendwie Zukommen lassen Stirbt das Schwein Ah ich dachte schon Das stört jetzt ein Schwein Puh Oh das ist noch ein bisschen Unglücklich gebaut Ich sollte das Wenn Brauch noch Links Erde Das könnte kritisch werden Ich baue jetzt hier Einfach mal durch Ich glaub durch den Shatter sitzt auch noch Ah ne jetzt Spawn Monster Habe ich jetzt Gerade das Ding Ja ich hab es In dem Ofen Und dann mach ich schnell So dass die Direkt auf den Kopf Fallen Ah Oh Nein Oh mein Gott Oh verpiss dich Oh Nein du tötest mich nicht Lass mich einfach Ein paar Erde abbauen Alles wird wieder gut Oh mein Gott Wie kam das so schnell Yo Lol Auf was spielen wir denn Schon wieder Ja genau ist klar Ja genau ist klar Du scheiß Skelett Das wird es mich jetzt nicht Nein Einfach nur nein Einfach nur nein Puh Ähm Ich muss mich beeilen Ich glaub der Krieg war Hat es auf mich abgesehen Oh Das war nicht so stark So mach ich natürlich jetzt meine Oh ne Ihr macht nicht meine Nein 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 Oh ja Warum hab ich die Folge nicht beendet Ich bin noch so stumm Ähm Wohin muss ich da lang Da lang Ne Ich mach den Witz jetzt nicht schon wieder Ähm Einen schlechten Witz Halter von wie weit entfernt Kann der mich den Teng Oh fuck Ja Jetzt wird bei mir auch noch Oh ja Geil Jetzt wird bei mir auch noch geklopft Und ja Das ist das Zeichen Dass ich die Aufnahme beenden sollte Scheiß Sommi Nein Du füttelst mich nicht nochmal Verfiss dich einfach nur Nein Jetzt steht auch noch der Scheiß Creeper davor Okay Yo scheiße Ich würde sagen Tschüss und bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal